Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Reihe Tipps und Tricks. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Erfassung, zum Beispiel eines Verkaufsauftrages, beschleunigen können. Dazu öffne ich einmal die Verkaufsauftragsliste und lege mit Neu einen neuen Verkaufsauftrag an. Mit Enter wird eine neue Nummer gezogen und ich kann jetzt meinen Debitorennamen oder direkt die Debitorennummer eingeben, also zum Beispiel meine Bauunternehmung Naba. Gebe ich einfach mal Naba ein. Die Debitorensuche öffnet sich. Ich kann mir dann die Bauunternehmung auswählen, mit OK bestätigen. Dann kommen wieder die üblichen Hinweise, zum Beispiel die Bemerkungen, die ich noch einsehen kann, wie hier jetzt die Betriebsferien. Kann das noch mit OK übernehmen oder bestätigen. Dann eine Kreditlimitwarnung, sollte sie eingerichtet sein. Die habe ich jetzt hiermit zur Kenntnis genommen. Die Baustellen, das breche ich einfach mal ab. Ich brauche in dem Falle keine Baustelle, die Touren ebenso, sodass ich direkt in der Erfassungsfolge lande. Ihre Referenz könnte ich zum Beispiel einmal Herr Müller eingeben. Und ich bestätige das Ganze mit OK. Wenn ich jetzt in die Zeilen hüpfen möchte, merke ich an dieser Stelle, wenn ich mit Enter bestätige, dass ich erst durch das Feld ihre Referenz hüpfe, dann durch Auftragstyp, Auftragsstatus, Tourencode, Lieferdatum und die Terminart. Aber das Einzige, was ich hier eventuell noch füllen müsste, wäre eventuell das Lieferdatum, sodass ich direkt von hier in die Zeile springen kann. Deswegen kann ich jetzt hier über den blauen Button mit dem weißen Pfeil, ohne dass ich mich an einen Cisco oder einen Admin wenden muss, die Folge anpassen, die Feldreihenfolge anpassen. Ich kann also über Anpassen gehen, diese Seite anpassen, auf die Inforegister, wähle mir dann das Inforegister allgemein aus, weil ich mich auf diesem hier oben gerade befinde, auf Inforegister anpassen. Ich mache das mal größer. Und dieser kleine Haken sagt mir jetzt, durch welche Felder er springen muss. Das heißt, er würde jetzt einmal die Nummer anspringen, dann die Debiturnummer, dann auch noch Verkaufannahme und so weiter und so fort. Und ich würde mir diese Felder jetzt reduzieren. Also die Nummer, klar, die Verkauf- und Debiturnummer auch. Aber bei allen anderen nehme ich die Schnelleingabe heraus. Das mache ich jetzt einfach mal hier durchgängig. Das auch noch. Was haben wir noch? Ihre Referenz möchte ich auch nicht anspringen. Den Tourencode nehme ich heraus. Auftragstyp nehme ich auch raus. Auftragsstatus. Was haben wir noch? Die Terminart. Dann bestätige ich das Ganze mit OK. Und er gibt mir dann natürlich eine Hinweismeldung, dass er die Seite neu aufbauen muss. Auch das wiederum mit OK bestätigen. Ich schließe das Ganze. Öffne wiederum den Verkaufsauftrag. Und wenn ich jetzt mit Enter durch die Felder hüpfe, dann war es die Nummer, die Verkauf- und Debiturnummer, Lieferdatum und dann bin ich direkt in der Zeile. Das heißt, so kann ich meine Erfassung beschleunigen.